Jedes Jahr im Frühjahr findet er statt, der SKS Mountainbike Marathon in Sundernhagen. Ein Profi bremst nicht, ein Profi gibt Gas. Musik Let the bass kick Are you ready? Musik Musik Be Quiet Musik 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 Ah, Jure! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Der erste Altenertkommens, und die bringt uns die Nummer 955 voran, das ist der Steffen Harderich von Elstern-Raine. Ich, 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 Mein Hut, wenn ich einen hätte vor euch, nach fast 50 Kilometern hier noch lächelnd hochzufahren. Riesen Respekt. So, jetzt kommen die nächsten hoch, der Paul Klaasens, Feri de Jong. Hier oben Patrick van Schappen, Joste Meier, 1060. Ja, jetzt habe ich hier wieder Namen. Jetzt kommen die wieder hier in einen Zeitlimit rein. Und das ist schon sehr beachtet, was die noch drauf haben. Matthias Hummels ist durch. Ich bin leider nicht hier. Ich bin nicht hier nass. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt bin ich hier oben. So, für ein schönes Foto gibt es jetzt nochmal das 6er-Gruppenbild. Jetzt sind es die drei erstplatzierten Damen und die drei erstplatzierten Herren beim SKS Bike Marathon im Jahr 2012 hier in Sonnenhaaren. Und wir hoffen doch, dass wir euch alle nächstes Jahr wiedersehen hier im Megasport Center beim Megasports Festival. Dann gehen jetzt ins Karate. Was bereitst du, dass man den K regulate? Dann geht das auch, dass wir alle NViblaren. Kommt zurück! Bis zum nächsten Mal! Ich bin ja nass entschieden. Dann gehen wir auf die 50-bie espert! Okay, bitte. Dann fahren wir weiter. Vielen Dank.